Hallo Leute, da bin ich wieder. Heute ist der 21. Dezember 2014. Was Neues gibt es noch nicht zu berichten. Heute ist auch Sonntag. Morgen ist Montag. Normal. Aber wer weiß, was am Montag so abgeht. Letzten Montag war ganz schön viel los. Ich will nicht zu viel erwarten. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, ob ich morgen irgendwelche neuen Nachrichten bekomme oder irgendwie der Postbote vor der Tür steht. Also seid auch ihr gespannt. Heute habe ich jetzt so ungefähr 750 Gewinnspielen teilgenommen und muss noch ungefähr 150 machen. Und jetzt haben wir ungefähr 20.21 Uhr. Das schaffe ich also heute noch. Und ja, seid gespannt, was morgen passiert. Bekomme ich was? Bekomme ich nichts? Mal sehen. Ich wünsche euch viel Glück. Bis morgen. Macht's gut. Ciao.